Willkommen! Ein Relax-Sessel der Spitzenklasse darf ich Ihnen heute präsentieren. Nämlich das Modell Star von Coynore. In der elektrischen Ausführung ein Messestück in einem sehr feinen Anilinleder namens D-Daf Grau-Melliert. Nun, was kann Star? Er hat natürlich hier, wie alle Relax-Sessel der Spitzenklasse, diese Zunge, die ausfährt, hier voll elektrisch, und der Rücken, der kippt. Ein handschuhweiches Leder mit einem leichten Finish drauf. Dieses praktische Kopfteil mit dem Gegengewicht, was eigentlich nicht dabei ist, sondern ein Zusatzteil, aber bei uns jetzt hier mit im Preis drin ist, und damit habe ich es natürlich hier an der empfindlichsten Stelle am Kopf noch gemütlicher. Ja, und was will ich mehr? Jeder kann sich hier individuell einstellen, wie er sitzen will. Die Zunge kann an jeder Position angehalten werden. Sie können den Rücken so machen, wie Sie wollen. Sie haben hier zusätzlich noch einen Genick-Rasterbeschlag, wenn ich hinten bin, damit ich nicht an die Decke schaue. Ich zeige es Ihnen, kann ich hier diesen Rasterbeschlag auslösen. Jetzt schaue ich nach vorne. Und wenn ich natürlich vorne bin, dann würde mich das so stören, weil ich jetzt zu geknickt sitze. Dann mache ich noch einen Rasterbeschlag nach vorne. Und zack, ist das nach hinten gekippt. Dieses Angebot Relax-Sessel Star von Conor ist einmalig. Ein Messestück in diesem Andelin-Ledergrau passt zu vielem, ist sehr formschön. Ich zeige Ihnen von der Seite. Sehr, sehr nett gemacht. Hat einen Tellerfuß, insatiniert, passt also zu sehr vielem. Vielleicht bald bei Ihnen zu Hause, würde mich persönlich freuen. Dankeschön und tschüss. Servus.